Die Evolutionsgelder dominieren, Clash war nach dem neuen Update. Warum genau dieses Deck und was für Starkes es auf Platz 1 der Welt geschafft hat, das siehst du jetzt. Was kann er? Bowler kann er. Bowler ist schon mal... Das heißt, er kann eigentlich gar nichts. Hm. Ich bringe mal einen Tesla rein. Oh je, Leute. Was ist das denn jetzt hier? Bro! Das sieht gar nicht gut aus. Also ich hatte schon mal bessere Start ins Games. Der King ist zwar an, aber... Okay. Er hat halt Miner, Digga. Und er hat zwar kein Big Spill, aber er hat Miner zum Chippen. Hm. Also sein Deck, ich hasse, Bowler. Und das nervt. Okay. Ich muss jetzt immerhin was setzen. Ich meine, ihr könnt's auch komplett durchlaufen lassen. Oh, das war so ein wichtiger Princess Shot. Oh Gott. Behelfen Sie mir. Was passiert hier? Digga, was passiert hier eigentlich? Wir sind Backchat. Wir haben so den Turm. Wir sind Back. Wir sind Back. Wie Rücken. Die Frage ist halt nur... Ähm... Ob wir... Ob wir... Das... Noch... Die Fänden jetzt können. Ich mag die Rocket Jet. Oh mein Gott, bitte. Ja, der Macher. Kein Lacher. Let's go. SRG Iron. Okay. Nice. Okay. Gegen Barbaren könnten halt Evo Skelly Sexy Maxi sein. Okay. Okay, Rocket of Pump schmerzt. Ist halt ein Minus-1 Trade, aber besser als... Das ist komplett kracht. Ja, okay. Ich glaube, es kracht. Ich glaube, das wird lustig. Weil es ist, er wird jetzt die Prinzess durchlaufen lassen und wird einfach komplett reinpushen. Ähm... Was ist... Was passiert jetzt hier? Was ist das für ein... Digga? What? Kommt der Sparking hit? Ja, oder? Okay, ist fein. Ich würde sagen, ist es fein. Okay, was jetzt nicht so fein ist, wenn er den Aal hier wagt. Alter, let's go! Evo Skellis! Ja, let's go. Wow, das ist halt ein Jubels-Big-Elixit-Trade, Digga! Einfach ein 1 gegen 5-Trade. Und da safte ich halt ab, Chat. Da safte ich halt auch ab. Weil das ist... Ähm... Wie stark war sein Feuerball? Oh, überlebt mit 1 AP. Das ist so wichtig und richtig. Nächstes Fass. 30 Sekunden auf Duo. Das sollten wir eigentlich gewonnen haben. Wir haben zwei Prinzessinnen auf dem Feld. Wir haben so einen Turm. Schlechte Gang. Miss Bird, Flitter. Prinzess. Skilette, Holz. GG, Leute! Es läuft, Junge. Das Stack ist broken. Ich mag das. Das ist stark. Digga, Evo Skellis und Bastard. Goblin Barrel. Sieht noch 3-mal aus. Sieht noch 3-mal aus. Hilfe! Hilfe! Oh, ich hasse dies mit dem Monk. Jojo, war dank für die 8 Monate. Jojo, war dank für die 8 Monate. Jojo, war dank für die 8 Monate. Oh, ich weiß nicht. 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 Oh. Wir sind back, auch wenn er ne Pumpe hat. Wir sind im Moment. gg's Leute, gut geclashed was spielt er, ich glaube der spielt immer so Huggies, Huggies Trip as well, okay nevermind könnte auch ein Bait Mirror Matchup sein auf einmal Werbeform streamen, Steine Revolution, wie wäre es mit einem Sub auf Twitch Prime Basis vor allem das Prime Zeichen ist schon da, digga sehr gut ging an wenn du mal hast mich angeregt, dann geh dir für deinen Sub, das wollte ich vielen, vielen Dank, liebe in den Chat, gerne hier auch kostenlos rein Sub würde mich sehr freuen mit Twitch Prime das jetzt zu holen, ja dann darfst du dich auch nicht über Werbung beschweren, großer Jooo Maxi Didi mit einem Sub, Bro, ich weiß nicht, ob man solchen Leuten Sub geben sollte, die einfach nur faul sind aber ich danke dir vielmals, vielen, vielen Dank, TKM, auch danke für 31 Morte Chat, ich danke euch das Ding ist halt Moin, Keblaboy, bist du noch da? Keblaboy, mein Angriff im CW war nicht so gut, es tut mir leid, hast du ihn angesehen? jetzt hat Komet gescheppert ok, komm, komm Evo Skelly, ich zeig was ihr könnt und jetzt absaften Chat, Hand in Hand Bro, es kracht wobei es geht sogar noch Öl rein Du könntest gleich den Titel machen, wenn ich Old bin, Keblaboy, das wäre sehr sexy Greif mit E-Drags an, die sind ok E-Drags an, die sind ok Alter, das ist hier, ich danke dir auch auf die 2 Chat, 10 Subs Ich sage Moin An alle, die hier Subs sind, wie fühlt ihr euch? Oh, die ist gut Das Game ist halt schon bisher gut Das Game ist halt schon bisher gut Oh Sch! Ja 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 Untertitelung des ZDF für funk, 2017 GG Leute